Was machst du denn? Nein! Elf mir mal! Nein! Aber wenigstens meine Tränke. Nee, ganz bestimmt dir, hast recht nicht. Ja, ich hatte nicht viel dabei, aber das ist eigentlich wieder. Der kleine Zuni, ey. Ach komm schon. Ich will erst mal dein Zeug begutachten. Lade ich aber auch. Portion of Invisibility, zweimal. Ich schenke euch noch eine. Und Swiftness. So, ist jetzt hier wieder alles normal. Ja, ich hatte alles wieder hingesetzt. Ja, das ist dein Zeug, was er hat. Aber Trank der Unsichtbarkeit behalten, mach. Okay. Oh, ein Enderman. Guck mal. Ender Perle. Philipp, du hast glaube ich eine Ender Perle. Ja, hab ich. Ey, wieso ist die Tür leer? Oh, hier hab ich gerade rausgenommen. Hä, aber das war... Alter, da war auch Zeug drin, was uns gehört. Ach so. Fleisch und so, ungekochtes und äh... Wieso ist denn ein Schaf? Äh, also habt ihr mir eigentlich nur die Fuckin und meine, äh, meine Glasfasche wiedergegeben. Ja, genau. Und die Rüstung. Und die Rüstung. Keine Rüstung. Oh, was ist denn hier für ein Fuckin Pfeil immer? Ach, ein Schuss. Der kommt direkt für wenigstens, was ihr habt. Das heißt, ich wollte eigentlich meine Rüstungfeuerverzauber nicht decken. Nein. Hast du vielleicht ein bisschen was zu helfen für mich? Ja, warte. Sicht hier die Kackrüstung rum? Wer hat die hier hingeschmissen? Philipp, wo bist du? Philipp hat mir was gegeben. Eins, bitte. Naja. Sehr hübsch. Mhm. Soll ich es um den See drumherum? Mhm. Aber ihr wollt den Halb- Den Halb- Den Halb- Ja, wissen wir selber noch nicht genau. Gucken wir mal. Danke. Bitte. Ich geh mich jetzt ertrinken. Ja, mach das mal bitte. Was ertrinken? Ertrinken. Ah. Goll. Ähm, wie baut man ne Schere? Weiß das nicht? Ja, zwei Eisen gegenüber. Also so schräg. Jo. Danke. Ja, manchmal ein paar. Er bringt sich wirklich um. Nein. Oh scheiße. Jetzt hab ich das ganze Inventar voller Scheren. Fuck. Äh, Philipp, Scheren haben wir erstmal genug. Okay. Ungefähr so. Ja, das verreckt denn. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Äh, wieso? Warum hast du dich ertrinkt? Wollt nicht noch ausgelaufen. Alles klar. Logisch. Aber Level hast du ja sowieso nicht. Leo war's nicht so. Was? Was ist los? Aufnahme. Ja. Achso, ja. Moment. Bin immer noch dabei. Ach, geil Sache. Ähm. Ich kannte die Regel gar nicht, dass man gekillt wird, wenn man weiß. Äh, klar. Wenn du unsichtbar bist, dann darf man gekillt werden. Das ist das Risiko, was jeder dabei eingeht. Äh, ne. Ja, ja. Das passiert ja irgendwie nicht. Ah. Ja, komm. Okay. Okay. Essenrüstung. Neue Level-Farm kann ich jetzt. Ähm. Pass auf, hier sieht die Pinke wohl aus. Alter, bei mir sieht das so mega gay aus, war. Es sieht so mega gay aus. Das ist echt so gay aus. Also daraus machen wir die Eiche irgendwo. Eindeutig. Aber das wird auch ein majestätischer, majestätischer Schaft. Womit baut man denn Wolle am besten ab? Schere. Bis jetzt haben wir ne Verwendung für die Scheren. Jo. Schern ist zu machen. Hühner. Vermehrt euch. So. So. Erstmal das ganze Inventar feuer Eier. Ah je. Wir brauchen Eier. 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 Leo das wird jetzt von der GEMA gesperrt. Höh. Gar nicht. Oh. Nein wird es nicht. Nein wird es nicht. Was machst du denn mit den Fackeln? Wieso stehst du die hier mitten in die Mitte? Ja wei. Wie du es noch mit noch mit noch nirgendes paar Ritz dran zu kommen. Eier. 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 Tschüssi Tschüss